Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 20. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 334 und heute bin wieder ich für Nachim da mit den folgenden Themen. Master Passwort, WebOS, Open Source, L'Oreal, KI, Fritz App, WLAN, Huawei P10, IKEA Places, HTC Vive und Podcruncher. Beginnen wir beim alternativen Browser Firefox. Firefox Quantum, wie die neueste Version heisst, der hat aktuell ein grösseres, respektive ein kleineres Problem, da es eben wahrscheinlich nicht viele Leute betrifft. Aber wie immer wieder mal Thema Passwörter. Viele Leute, wie unter anderem auch wir im Geek Talk Team, nutzen Passwort Manager. Welche ist eigentlich egal, Hauptsache sie werden genutzt und auch zielgerichtet und vor allem richtig genutzt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Passwort Manager im Browser zu nutzen. Das auf Microsoft Seite, sprich bei Edge, das gibt es bei Safari, das gibt es bei Google und eben auch bei Firefox. Und bei Firefox ist ein Problem, dass die Hash, mit der das Master Passwort geschützt ist, zu lasch ist, so dass es mit aktuellen Potenz, also Potenz, wie soll ich sagen, Potenz, starken, mein Gott, starken Grafikkarten in wenigen Minuten per Brutforce-Attacke geknackt werden kann. Heisst aber, dass derjenige live vor eurem Rechner sitzen muss und oder sonst eine Verknüpfung zu euch haben muss. Also da muss wirklich jemand sehr gezielt vorgehen, um darauf zu kommen. Dennoch wäre da die Überlegung wert, da eine Alternative zu nutzen. Und Passwörter in einem Browser abzuspeichern ist eh nie ganz so die geschickte Geschichte, finde ich zumindest. Aber ja, gehen wir weiter. Und zwar, irgendwie liess das Thema, oder hat mich das Thema gefreut, denn im letzten Jahr durfte ich während drei Monaten von LG ein Fernseher, ein Riesenfernseher, der viele, viele Pixel hatte und ein tolles System, eben WebOS, wo darauf das basiert und alles Mögliche hatte. Also wirklich ein spannendes Teil, vor allem auch die Auflösung und Ton war sensationell. Aber eben, dieses WebOS wird im 2018 zu Open Source oder gibt es in einer Open Source Edition. Und irgendwie hat mich das zum einen gefreut, aber zum anderen kam da auch gleich der Gedanke auf, war es nicht damals Samsung HP, einer von beiden, der das ja da zwischendurch mal hatte, der das damals auch als Open Source ausgestellt hat und kurz später wurde es dann zum Verkauf angeboten. Ich hoffe jetzt mal nicht, denn das Fernsehnteilchen war sehr, sehr schick und würde ich gerne wiederhaben. Aber ja, mal schauen, wo es die Reise hingeht mit WebOS. Dann geht es weiter mit L'Oreal. Eine Firma, die man weniger hier im Technikuniversum bis jetzt gehört hat, aber natürlich auch da geht es in Richtung KI. Denn wie das so ist, Schönheit entsteht nicht nur mit Produkten, sondern schon im Vorab. Man will vielleicht schauen, wie man mit einer neuen Frisur ausschaut. Dazu gibt es manchmal die Möglichkeit zum Färben und so weiter. Und da gibt es eben von diversen Herstellern, Selaude oder eben L'Oreal, die Apps anbieten, wo man sowas schon vorab testen kann, was eigentlich sinnvoll ist, wie das an sich ausschaut. Und wie das funktioniert, oder das Ganze basiert auf einer KI von der Firma Modiface. Die hat auch für Samsung, für den Bixby-Assistenten Möglichkeiten oder Zugänge gestellt und auch für andere Firmen. Und eben L'Oreal hat sich das jetzt zu eigen gemacht, sprich die Firma aufgekauft und wird das in ihren ganzen mittlerweile 30 Untermarken einsetzen. Wie L'Oreal verlauten liess, werden auch weiterhin andere Verträge eingehalten. Also der Samsung-Bixby-Assistent wird weiterhin darauf zugreifen können etc. Mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Aber eben KI ist allgegenwärtig mittlerweile irgendwie. Dann gibt es Neuigkeiten für alle Fritzbox-Kunden. Aber auch sonst. Wer sein WLAN ausmessen möchte, schauen möchte, wo habe ich in meiner Wohnung genügend WLAN-Leistung, wo könnte man noch ein bisschen optimieren, vielleicht einen Repeater hinsetzen oder auch nur das Modem anders platzieren etc., der musste bis jetzt, zumindest wenn man es mit Fritzbox-Lösungen machen wollte, auf ein Android-Device zugreifen. Dem ist zum Glück nicht mehr so, denn zumindest testweise hat jetzt vorab AVM schon mal die Möglichkeit geschaffen, dass man sich über eine E-Mail-Adresse anmelden kann für einen Pre-Test des Ganzen. Ich habe mich da mal angemeldet. Ich hoffe, ich bekomme da einen Key, denn ja, bis jetzt habe ich immer meinen Android ausgepackt, was ja nicht schwierig war, einfach in die linke Hose-Tasche greifen statt in die rechte. Aber dennoch, auf iOS möchte man das natürlich auch nutzen können. Soll bald schon dann auch für alle zugänglich sein. Hoffen wir doch mal schwer. Dann geht es weiter, geradewegs wieder auf Android. Jetzt geht es nämlich umgekehrt. Zuerst auf iOS verfügbar und jetzt auf Android. IKEA Places greift ja auf das AR-Kit von Apple zu und bietet damit die Möglichkeit, zum Beispiel einen Schreibtisch, einen Sofa, so in der Wohnung zu platzieren, als wäre es wirklich da, um zu sehen, ob das jeweilige Sofa dann auch reinpasst, ohne dass man in die IKEA gehen muss und sich das da anschauen muss. Also als ersten Schritt quasi. Und neu greift IKEA auch auf die AR-Core, das ist das Gegenstück zu AR-Kit, von Google respektive von Android zurück und kann zumindest Besitzern von einem Pixel 2 und einem Pixel 2 XL die Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen und die App zu nutzen. Es sollen aber nicht nur die Smartphones kompatibel sein, es soll auch noch andere geben. Am besten einfach mal ausprobieren, wenn ihr dann ein Android habt, also euer Hauptgerät. Die App ist witzig zum mal ausprobieren. Wer einen Raum einrichten muss, vorbeigehen lohnt sich definitiv dennoch bei der IKEA, nicht für die Zusatzverkäufe, welche IKEA dadurch machen kann, mehr halt, um auch mal das Material zu fühlen und zu sehen, ob das Möbel dann wirklich so ausschaut, wie man es gerne gehabt hätte. Die HTC Vive war eine der Lösungen, die am interessantesten geklungen haben, aber sicherlich nicht am meisten verkauft wurden. Lange hat man auf den Nachfolger gewartet, jetzt ist es soweit. Die HTC Vive Pro lässt sich neu vorbestellen. Mehr Auflösung, insgesamt 78% mehr Auflösung, also deutlich mehr, die man zu Gesicht bekommt, zwei Kameras, zwei Mikrofone und ein bequemeres oder ergonomischeres Headset, das auch die Audio-Ausgabe schliesst etc., sind ab sofort für 879 Währungseinheiten zu haben. Wer sich das Vorgängermodell jetzt kaufen möchte, das ist im Preis gefallen. Ab 599 ist das zu haben. Ich wäre da schon eher für ein neueres Modell zu haben, als auf den alten Zug aufzuspringen, der eh nie richtig gestartet ist. Aber ja, mal anschauen, wie sich die Preise da entwickeln. Dann haben wir einen kleinen Hinweis, der hoffentlich noch aktuell ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Und, natürlich die zweite Voraussetzung, ihr auf der Suche nach einem neuen Podcatcher für das Anhören von Podcasts auf iOS seid. Dann gibt es aktuell die App Podcruncher kostenlos zum Download. Die hat keine wirklichen Alleinstellungsmerkmale, bietet einfach die ganzen Funktionen, wie man sie kennt und gerne nutzt. Und das Ganze eben aktuell für kostenlos ist eine App, die es schon seit 2011 gibt. Also, die haben ein bisschen Ahnung, was sie tun. Und somit, ja, zugreifen, wer es noch nicht hat und wer es nicht braucht, sollte es sein lassen. Das war es dann auch mit den ganzen Tipps oder besser gesagt, mit den ganzen News, die ich für euch zusammen gesammelt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Genießt den Tag, viel Erfolg. Und morgen, wenn alles klappt, wird der Aachen wieder für euch da sein. Dann aus, ich glaube, Wien. In dem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.